Das Wichtige ist, dass man vielleicht schaut, was sind meine Talente, was sind meine Leidenschaften und dorthin orientiere ich mich und dort versuche ich das Beste damit zu machen. Wenn ich mit dem, was mir das Leben mitgegeben hat, dass ich das ausdrücken kann, dass ich das einsetzen kann, dann hat alles Sinn.